hallo willkommen zu einer weiteren folge fortnight daily shop news mit mir der mann gleich so wir schauen mal wieder oben in den item shop rein was gibt es denn da heute sind die geil sind die geil alle vater und muss man gerade ziehen nice 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 arcanum wow sieht echt cool aus man weiß dass die früher wirklich so zumindest mal sich maskiert haben hinten drauf irgendwelche grünen flüssigkeiten zum heilen gegen die plage die pest soja dem ding gebe ich auf jeden fall gut gehe ich kann dem jetzt nicht ganze zehn punkte geben aber immerhin gebe ich ihm 8 von 10 finden relativ nice so und dann haben wir die euro der sieht alter da sieht ja noch mal eine spur geiler aus richtig nice aus da hinten auch hier dieser umhang wow cool er sieht okay ich muss es revidieren wir müssen das ein bisschen anders da machen ich gebe hier scourge scourge ist es ist der skin gebe ich sieben von 10 und dem plug gebe ich 8 von zehn viel besser nós wa ja gibts denn dazu schon irgendwelche bewertungen weil das ding ist ja heute erst rausgekommen. Dann schauen wir doch gerade mal, ob es da irgendwelche Bewertungen schon zu gibt. Und da hätten wir jetzt hier zum Scourge jetzt eine einzige Bewertung rausgekommen. 4 von 5 bei einem Vote. So und Plug, auch 4 von 5 bei einem Vote. Richtig nice. Also gefällt mir auch sehr 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 gut. So ja dann sind wir hier mit durch. Dann geht es zu dem Lamp Light. Ist halt ein normaler Gleiter, aber da unten diese Laternen sehen schon echt cool aus muss ich sagen. Das gefallen mir echt gut. Das ist schon absolut nice. Ich muss mal genau einschauen. Was ist denn das? Mit Ketten, ok. Obwohl es ein Standard Gleiter ist, sieht aber relativ gut aus, gebe ich dem Ding 5 von 10. Dann schauen wir mal, gibt es denn dazu auch schon irgendeine Bewertung? Nein, bis jetzt noch nicht. Ok, gehen wir weiter. Ohhhh. 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 Harold's Wand. Auch geil. Wie hört die sich denn an? Wow. Ja, ich finde die sieht richtig cool aus. Und der gebe ich 7 von 10. Ist richtig nice. Ja. Gibt es denn schon zu Harold's Vault? Gibt es auch noch nichts. Nein. So, das ist der Gleiter wieder. Dann gehen wir mal zurück. Dann sind wir schon beim Skullranger wieder von gestern. Kennt ihr ja mal eine Noten. 10 von 10. Könnt ihr mal ganz gut... Ohhhh, das Ding, das ist ja... So geil. Könnt ihr mal reinschauen, ob da in der Zwischenzeit sich die Noten schon ein klein wenig verändert haben. Zum Skulltrooper und so weiter. Ähm... Gucken wir mal, wir uns kurz hier rein. Einmal der Skulltrooper. Da haben wir hier... Ja, 3,85 von 5. Sollte sich seit gestern nicht viel geändert haben. Die Skullsickle. 4,45 von 5 bei 11 Votes. Der Skullranger. 4,44 von 5 bei 18 Votes. Das geht schon ganz gewaltig nach oben. Und dann hier dieser Crypt Cruiser. 4,33 bei 9 Votes. Mega geil. Richtig cool. Fällt mir sehr gut. Also... Ähm... Jetzt sind wir hier oben bei einem Ding... Oh, jetzt hat mich die Kamera nicht mehr... Hallo... Kamera... Kamera... Jetzt bin ich einmal abgetaucht und jetzt findet mich die Kamera nicht mehr... Jetzt hat sie mich wieder... Okay, also... Haupttauchen geht hier nicht. Kann ich nicht machen. So, also... Da haben wir hier den Pink Flamingo. Und den finde ich... Ähm... Ernsthaft... Schrecklich. So... Äh... Ich gebe dem... Ja gut, finde ich Kreativität 4 von 10. Das war es dann aber auch schon gewesen. Ja, äh... Wie ist denn die Haltung zum Pink Flamingo bei euch? Gucken wir mal rein. Und... 3 von 5. Okay, wie hört es sich denn an? So, dann sind wir bei Make It Rain. Ein richtig geiler... Was ist denn da? Was wird denn da gerade bei mir angezeigt? Hier... Gehen wir mal weg. Die komische Meldung da. Mach die Meldung, ja, Mac. So, da haben wir den Make It Rain. Ja, und der Make It Rain ist richtig, richtig nice, würde ich sagen. Und... Äh... Deswegen gebe ich dem Make It Rain... 7 von 10. Ne, 8 von 10. Das ist geil. Make It Rain. Wie sind eure... Noten dazu? 4 von 5 bei 3, wo es das erste Mal am 6. März 2018 rausgekommen. So, dann sind wir hier schon fast durch. Der Recon Specialist. Ich weiß, ihr seid da... Ja... Also, ich finde nicht... Nicht so toll. Nach wie vor. Ich gebe dem Ding 2 von 10. 3 von 10. Und jetzt kriege ich wieder... 4,5 von 5. Uff... 4,5 von 5. Uff... 4,5 von 5. Uff... 4,5 von 5. Uff... Oh mein Gott. Alles klar. Na, haben wir... Hot Stuff. Oh, nochmal. Den finde ich richtig, richtig cool. Gefällt mir sehr gut. Und das Ding bekommt von mir... 9 von 10. Den finde ich echt geil. So... Gucken wir mal, wie es hier aussieht mit Hot Stuff. Oh... Seht ihr? So gehen die Meinungen auseinander. Den mögt ihr zum Beispiel gar nicht. 2 von 5 bei nur 2 Votes. Ich finde den mega cool. Ähm... Ja. Also wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schaltet es nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Sharp News mit mir den Herrn gleich. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Tschüüüüüss.